moin sechungs und mediz und herzlich willkommen zurück im grundkurs gaming und zum f1 manager 2023 spa steht vor der tür aber wir haben noch ein bisschen zeit und bis dahin werden auch noch ein chassis fertig aber wir gucken mal gerade rein irgendwas ist hier auf jeden fall kaputt müssen wir mal gucken eine aufhängung müssen wir austauschen ok super davon haben wir genug getriebe welches hätte ich denn gerne das hier das ers mal gucken ob wir da ja da haben wir noch ein altes für das auto motor ja dann können wir hier den 22 er passt benutzen wir einfach noch mal fürs training wenn so auto 2 was haben wir denn da auch die aufhängung ok sollten wir wahrscheinlich auch mal neue bauen müssen wir gleich mal gucken ob da noch welche da sind ja ok also das passt soweit alles wo habe ich denn hier die autoteile entwicklung was denn noch heckflügel frontflügel ach so hier ist das design und in der fertigung haben wir noch ein chassis genau da schmeißen wir einfach noch ein paar aufhängungen rein denke ich kann ich hier mir nicht irgendwie anzeigen lassen was ich noch habe das wäre eigentlich geil wenn ich hier das aber kann ich tatsächlich nicht nach davon haben wir noch drei sogar ja eine im lager zwei eingebaut dann bauen wir noch einer wie komme ich denn von hier aus ins lager da komme ich ins lager so chassis haben wir vier wunderbar ist auch gerade noch in der fertigung scheinbar frontflügel heckflügel und unterboden werden neu gemacht seitenkästen haben fünf aufhängung bauen wir gerade eine vierte ja gut da ist ja alles easy was haben wir denn hier im posteingang ergebnisse der untersuchung haben uns gerade angeschaut f3 fahrer talent meh ergebnisse der abstimmung worum ging es denn da ja die regeländerung im bereich sportlich ok es wird auf jeden fall nicht geändert was auch immer hier sehen wir das glaube ich bonus punkte für die pole position ok die gibt es dann nicht sehr gut ja wir haben auch dagegen gestimmt sehr schön so seitenkästen fertig davon haben wir jetzt auch genug aber da sind die neuen schon in den autos drin würde ich behaupten oder ja die sp3 sind drin super gut ok gut dann schauen wir noch mal in den kalender ganz schnell was hier als nächstes ansteht ach hier ist schon spa ach nach spa ist erst die lange pause wo das design fertig wird ich dachte wir jetzt vor spa na gut ja dann sind wir quasi gleich mit dem training beschäftigt aber dann könnte ich auch noch eine aufhängung die wird ja dann hier fertig genau dann noch mal acht tage 1 2 3 4 5 weiß ich nicht vielleicht hätte ich hier seitenkästen haben wir genug eigentlich noch ein chassis vielleicht eher keine ahnung so beginnt auf jeden fall mal in den posteingang schauen uns die autoanalyse an wo wir stehen was ist denn hier wichtig die höchstgeschwindigkeit und hochgeschwindigkeitskurven da sind wir ganz gut aufgestellt tatsächlich besser als bei langsameren kurven und der beschleunigung dann kommen wir doch dann die top 14 auf jeden fall rein würde ich sagen dann kommen wir doch in die q3 sollen wir erreichen okay so beide in die top 14 schaffen wir q2 erreichen wir auch mit beiden ja doch sollte machbar sein soll schnell zur runde zielplatzierung beide wagen in die top 14 nehmen wir mal dass so ungefähr das was wir machen sollen so glücksständige zielplatzierung beide wagen in die top 15 qualifying rang ja die vierte million nehmen wir mit bei denen die top 14 das schaffen wir so können wir hier zurückgehen schauen wir uns mal an 44 runden werden gefahren 7 kilometer ist die strecke lang das wetter ist gut moment das ist ein sprint wochenende schon wieder deshalb belastend ja in der echten formel 1 wurden die regeln da jetzt geändert dass es nicht mehr so nervig ist also höchstgeschwindigkeit und hohe geschwindigkeitskurven sind wichtig daran können wir uns vielleicht so ein bisschen entlanghangeln aber was sind denn die strategien die erwartet werden soft medium zum beispiel ja können wir mal schauen jetzt müsste ich wieder wissen wie es mit den reifen ist am sprint wochen ich glaube wir geben keine zusätzlichen paare ab wir haben einmal mediums mehr für den sprint haben dafür einmal weniger eine trainingssession weniger na ich weiß nicht wir werden es gleich rausfinden wieder dieses wochenende sind wir in belgien in der wunderschönen provinz lüttich kurz vor der saison hälfte ist im titel rennen alles offen können die teams vor der sommerpause noch mal zuschlagen oder hoffen sie auf einen reset danach spa francochon muss man wohl nicht mehr vorstellen von der kurvenkombination au rouge radiant bis hin zur rasend schnellen puhron es warten knapp über sieben kilometer wundervolle rennstrecke so weit das auge reicht mitten in der belgischen natur die teams müssen zwei rennen bestreiten denn ein sprint rennen entscheidet über die startreihen folge für den grand prix meine damen und herren das ist f1 na dann schauen wir mal also heute stark regen auf jeden fall das heißt da kommen die nass reifen zum einsatz im moment ist es allerdings noch trocken dann fahren wir hier mit harten reifen raus würde ich denken dann genau ballern wir die mal weg wir können leider nicht sehen wie das training hier aussieht so beziehungsweise wie das wetter heute aussieht wenn es anfängt zu regnen aber ich denke mal wir werden so eine da wollte ich nicht hin wir werden so auf 25 minuten ungefähr gehen weil was können wir denn hier fahren eigentlich vernünftig das sind 21 meinetwegen 22 runden hier sind 31 also soft medium ist auf jeden fall locker machbar und für eine runde brauchen wir 145 weiß muss ich wieder rechnen 10 runden 12 15 runden passt also die reifen können wahrscheinlich normal machen die halten ja richtig lange 61 runden genau aber die antriebsstrangteile werden wir schonen so und jetzt müssen wir uns überlegen was wir mit dem setup machen also ich würde sagen den heckflügel relativ niedrig stabilisatoren in welche richtung müssen die das vergesse ich jedes mal da schaue ich einfach gleich noch mal nach also ich glaube nach links muss ich ich weiß gar nicht ob ich da so viel rüber will nach rechts wenn ich hier die hintere zahlen muss höher werden ich weiß gar nicht ob ich da so viel machen will radsturz würde ich für die schnellen kurven ein bisschen mehr drauf geben auf jeden fall wenig front wenig heck wegen der aerodynamik nach spur weiß ich nicht keine ahnung planlos wie immer halt so also hier wollen wir wenig machen aber auch ein bisschen weniger hier wollen wir ein bisschen in diese richtung vielleicht wir müssen uns ein bisschen in den kurven abstützen auf jeden fall nach spur lasse ich so ja schauen wir mal ob wir damit irgendwie hinkommen wann uns der regen hier nervt also wir schauen gleich mal auf das wetter aber wir haben zeit wir haben 20 minuten das könnte ja vielleicht reichen für den stint ich hoffe es also wir schicken die jungs los man kommt also weit oben aus der boxengasse raus das verwirrt mich jedes mal weil ich hier ist ja eigentlich der der husten anfall aber auch der hintere ausgang der boxengasse ja ich lasse die jungs mal ein also wir haben eine gelbe lagge irgendjemand hat den unfall gebaut vielleicht hier drüben irgendwie ist hier irgendwas zu erkennen das nicht zu erkennen wir kriegen auch kein replay keine ahnung also setup zufriedenheit ist gut bei teo da schauen wir mal wie gut ist denn das 76 prozent immerhin wie sieht es mit dem wetter aus ja also wir kommen rein dann fängt es an zu regnen das heißt wir fahren da gott wie nass wird denn das vielleicht reichen intermediates ja hier steht feucht ja dann fahren wir auf intermediates wieder raus so hier kann man den stopp schon mal machen eine runde ist natürlich gerade losgegangen boxeneinfahrt war da hinten das heißt wir fahren hier noch eine wunderschöne runde rum schauen uns das ganze mal ganz in ruhe an vielleicht wird juki ja auch diese runde fertig ich denke nicht dass er hier eine ganze runde länger braucht als teo das wäre schon krass denn die runden sind hier wie gesagt sehr sehr lang das wetter vorher gesagt ja wissen wir aber juki könnte jetzt echt mal langsam fertig werden der hat scheinbar keinen bock der will wirklich noch eine komplette runde fahren irgendwie jetzt ist er soweit 751 meter vorher was sagt er auch 76 prozent okay gut da bin ich bei beiden also gleich mittelprächtig okay so so dann schauen wir mal wo die jungs noch ein bisschen zu meckern haben der heckflügel ist im großen und ganzen zu hoch noch wenn ich den jetzt hier ganz flach machen würde dann käme ich mit der traktion hin hier müsste ich noch ein bisschen hoch da komme ich mit der bremsstabilität nicht gut hin da komme ich mit der bremsstabilität nicht gut hin ja wir versuchen mal hier die 0,75 vielleicht bei der nachspur oder gehe ich hier noch ein bisschen über den frontflügel das macht im ende im endeffekt ja das könnte hinhauen aber ich glaube da ist mir der frontflügel ein bisschen zu weit weg schon ich denke ich probiere das mal so mal gucken ob das hinhaut achso reifen natürlich intermediates bitte gerne hier sind wir bei 9,5 wenn ich auf 9 runter gehe brauche ich richtig viel frontflügel ne oder kann ich das durch die traktion ausgleichen irgendwie ne der muss schon da bleiben irgendwie ok also jetzt ich hier wir können es mal so versuchen vielleicht bringt das ja was dann schicke ich die jungs gleich wieder auf die strecke wenn es anfängt zu regnen und wenn hier was passiert seid ihr wieder mit dabei so wir haben jetzt genau eine feuchte strecke aber gleichzeitig auch eine gelbe flagge wegen der hatte ich eigentlich pausiert aber da kommen wir auch wieder nichts ja irgendjemand ging weit nach außen okay wer keine ahnung ja es ist jetzt auf jeden fall feuchte wir sind raus das ist hier gerade die outlet und ja da ist es jetzt auf jeden fall schon feucht genug geworden für die reifen passt also alles hier mein gott leute ich habe gerade entdeckt ich war dumm ich habe nämlich bei teo nicht die reifen gewechselt auf intermediates okay also den muss ich noch mal reinholen muss dann noch mal die reifen wechseln und dann kann er hier gemütlich fahren das ist also ein feedback punkt haben wir bei teo aber schon der war auch wieder optimal das war einer von denen wir schon optimal hatten also dass das passt zumindest und so juki ist gerade mal abseits der linie gefahren okay das sehen wir wenigstens im replay es ist inzwischen gerade trocken geworden vielleicht ein kleiner kampf mit dem wagen in dieser runde so wir schauen hier mal gerade aber wir haben das ne ist alles heil geblieben unterboden hat kein schaden genommen wir haben aber das feedback noch nicht komplett und da müssen wir gucken ob juki das jetzt hinbekommt vor der box einfach die ist hier hinten an dieser schikane am ausgang teo ist zufrieden 97 prozent wir haben noch 14 minuten kriegen wir da nee wir behalten die 97 prozent einfach nur wir lassen ihn jetzt quasi durchfahren allerdings hält er nicht 14 minuten auf diesen reifen durch deswegen müssen wir ihn da doch reinholen und dann könnt ihr ja noch so 10 minuten und verfahren das bringt man was so jetzt ist die juki am boxeingang vorbei die reifentemperatur ist noch in ordnung tatsächlich aber es ist gleich trockener also die werden jetzt zum ende der runde dann schon ordentlich glühen die reifen bei juki das ist natürlich nicht optimal so theo fährt in die box da kümmern wir uns mal drum er bekommt einfach die harten reifen wieder drauf und dann kann er noch ein bisschen für die strecken akklimatisierung fahren das passt schon ja das ist irgendwie noch so ein klick frontflügel denke ich mal den können wir schnell mal hochstellen ja das versaut uns alles ne da passen wir jetzt nicht dran rum ne also wir sagen einfach diese 97 prozent die reichen uns erstmal wir schmeißen hier nur wieder die harten reifen drauf und dann haben wir noch 13 minuten da brauchen wir gar nicht so viel auftanken ja wir machen mal ne quatsch brauchen wir gar nicht das sind sieben acht runden vielleicht nach wir sagen zehn passt schon so und bei juki sehen wir jetzt die reifen werden richtig heiß da müssen wir jetzt also irgendwie dafür sorgen dass sie nicht komplett wegschmelzen und den feedbackpunkt den hätte ich jetzt gerne aber den fünften großartig 95 prozent okay gut damit gehen wir uns wahrscheinlich auch zufrieden und dann kann er auch gleich nochmal auf harten reifen raus und dann sind wir jetzt schon durch für heute ok 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 ja gut ok also da sind wir hier ein bisschen daneben auf jeden Fall das hätte man noch besser machen können aber das ist jetzt nicht so tragisch auf jeden Fall gut dann fahren die Jungs hier das Ding auf jeden Fall noch zu Ende holen sich ein bisschen ihre strecken akklimatisierung und dann sehen wir uns nach dem Training das Training ist rum und unsere Jungs sind halt ok ähm ja ganz okay vorbereitet würde ich sagen das Optimum ist natürlich nicht aber ist halt auch ein Sprintrennen wochenende hier dieser ähm die Differenz in der strecken akklimatisierung kommt wahrscheinlich wirklich daher dass Theo die eine Runde mit den falschen Reifen nennen nämlich mit den harten während des nassen wetters gefahren ist denke ich mir zumindest denke ich mir zumindest so wir schauen mal ja Carlos Sainz auf Softs hier irgendwie dahinter Verstappen relativ dicht beieinander Pierre Gasly auch richtig dicht dran ok ok dann Russell ok also das könnte vorne ganz interessant werden ähm die haben hier irgendwie ein Auto immer mit Softs in geschickt und das andere dann mit ähm Mediums hier gibt es Startstrafen für Hülkenberg, Riccardo, Albarn ja der zweite Ferrari auf Mediums der zweite Mercedes sogar auf harten Reifen unterwegs hier wo sind denn der zweite Alpine hier auf harten Reifen und Sergio Perez auch auf harten Reifen ja ok gut dann wissen wir Bescheid so Fahrer Vorbereitung bei beiden bei 80% ist ist in Ordnung würde ich sagen ja damit haben die ein gutes Selbstvertrauen vor der Quali das war's dann heute Jungs und Mädels Qualifien gucken wir uns beim nächsten Mal an es bleibt nass im Qualifien Freude Freude Spaß aber das kennen wir ja nicht anders aus den letzten Wochen ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wünsche euch noch einen wunderschönen Tag hoffe dass ihr Spaß beim Zusehen hattet und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid macht's grumms dann Ciao ciao eb 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 Untertitelung des ZDF, 2020